Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, das wird so knapp. Badham, Badham. Kinken. Kann sein, dass kein Horrorgame kommt, weil zwei Leute spontan Urlaub machen. Das ist aber nicht mal gelogen. Ein Geist. Noch, schon wieder. Bing, bong, der Geist ist doof, er ist hinter mir her. Oh, ich dachte, der kommt zu uns. Sag kurz so aus, weil er sich so umgedreht hat. Upsi. Was war das? Das ist doch frech. Glaube, er ist weg von mir. Glaube. Ja, er ist bei uns. Einfach zur OP-Schule. Oh, Tana. Jetzt Adre für die Wien. Die er nicht bodyblocken will. Oh, hier ist keine Palette mehr. Nein. Ich habe eine einzige gezogen. Ja, genau, da bin ich hier gelaufen. Ups. Ich weiß nicht, ob ich meinen Gen noch schaffe. Ich bin bei 80 von 8. Ein Skirt, scheinbar. Er geht in die Schule rein. Komm zu mir. Er muss ja noch aus der Unsichtbrache raus. Er hat daneben geschlagen. Oh mein Gott. Ich gehe abhängen. Da bist du schon da. Er ist hier bei mir. Nee, er ist am Gen gerade. Genau da. Oh nein, ich wollte einen Protect-Schnitt nehmen. Ich muss dich auch hochheilen. Er wird bestimmt zu euch, obwohl er hat Knechti gesehen. Er geht auch zu Knechti. Geht zu Knechti? Nee, nee. Er weiß nicht, was er machen soll. Er tritt erst mal die Palette lieber. Er geht jetzt zu Knechti. Okay, okay. Kommt jetzt rein, Knechti. Du musst dich hochheilen. Das ist wichtig. Mhm. Ich kann dir auch übrigens sagen, dass direkt hinter mir ein Gen ist. Ja, ich gehe weiter. Jetzt habe ich nämlich Second to win. Du gehst abhängen, oder? Ja, ja, klar. Alles klar. Ich muss dich nicht hochheilen, deswegen gehe ich besser. Wow. Wir haben schon meinen Stack. Ich fand nur ein Stack. Ich habe die Palette unten auf jeden Fall gezogen. Also der Survivor-Keller ist nicht immer bei 100% schnell. Okay, komm zu mir. Ich nehme Protection-Hit. Kein Problem. Geh weiter, geh weiter. Lass mich hier. Geh weiter. Jetzt hau doch ab! Ja, hier ist ein Gemmarsch. Was denn? Lups. Und wir drehen noch eine Runde. Okay, er glaubt es für dich. Oh, oh, jetzt hat er mich. Okay, gut. Das hat sich schon mal gelohnt. Moment. Funktioniert Second Wind mit D-Strike überhaupt, oder mache ich mir damit das Saber kaputt? Was macht das denn? Ich heile mich selbst. Passiv. Automatisch. Ach so. Weil es als Aktion gilt, meinst du, ne? Das weiß ich ja nicht. Ich glaub, das wird halt nur zählen, wenn du dann hochgeheilt bist. Wo kommst denn du hier? Der dich noch mal auf den Schläge bricht. Aber ob das in der Minute passiert? Ich geh abhängen. Ach so, okay. Aha, und du kannst mich gar nicht heilen. Small Game Value. Haunted Ground aufgeben. Dadurch spar ich Zeit fürs Team, dass ich nicht geheilt werden muss. Ja, das ist richtig. Ich konnte mich direkt an den Gen setzen, den ich gesehen hab hinter dir. Genau so. Ja. Und ich bin jetzt schon wieder hochgehalten. Und D-Strike läuft noch. Boah, das ist ja insane. Ein Full-Heal-Survivor mit D-Strike. Wusste ich gar nicht, dass das... Das ist krass, aber das läuft ja ab, bevor du halt... Ja, aber jetzt könnte ich ja als Just-for-the-Lulz einfach in den Locker vor ihm springen. Ja, könnte es jetzt halt theoretisch auch richtig... Er ist weg von mir. Ich hör ihn hier. Er ist AFK in dem Haus oder so. Nee, der ist nicht AFK, der läuft rum in dem Haus. Der war noch hinter mir her, okay. Nee. Er loopt sich selbst. Kann halt wirklich sein. Ich dachte, er wäre bei mir eigentlich. Dann wäre ich wieder am Gen. Jetzt ist mein D-Strike abgelaufen. Jagd er dich jetzt da? Ich glaube nicht, ne. Ein Gen ist jetzt auf 99 gleich. Oh, Mann. Wie hier am Killerhütte. Killerhütte, okay. Ich komme zum Killer-Schick. Ich hole mir diesen Hit ab. Mann, nee. Okay, Leute, versteckt euch. Er ist bei mir. Okay, gerne den Gen, mach ihn fertig. Nein, der kickt ihn. Ja, egal. Du kannst doch trotzdem ran. Hey, du musst dich schlagen lassen. Der macht nichts. Der guckt mich an. Aber schlag sie da. Hau sie. Das ist doch... Der wartet auf Noel. Haben wir alle Totems? Eins fehlt noch. Oh, nice. Oh, jetzt kriege ich die Nöd-Schelle. Scheiße. Weil die wie wegflitzt. Das letzte Totem ist unten in der Schule. Och, Mann. Nee, der bleibt einfach da stehen. Der macht nix. Mist, dann kann ich, glaube ich, auch aus keiner mehr Value zählen. Es sei denn, ich finde jetzt ein gutes Item. Oh, er hat Second Wind dropped. Er kommt. Oh, er kommt, er kommt. Er hat Nöd. Hat er nicht. Aber ich brauche noch Hilfe. Nimm einen Hit. Jetzt. Oh, nein. Oh, schade. Ihr müsst... Könnt ihr mich nochmal an... Also... Ich bin auch in der Schule unten. Ich bin auch noch hier. Darf ich gehen? Warte. Ich weiß nicht, ob wir fahren. Bleibt mal da lieber stehen. Ich kriege ich mal. Immer lieber nochmal einen Sicherheitsabstand. Ja, ja. Hebt mich auf. Also, ich brauche gleich einen Andruck von euch beiden. Hä? Werde ich das einfach rausschmeißen? Hat er dich jetzt doch wieder aufgesammelt? Ja, aber... Hängt ihn jetzt auch. Häng mich einfach ab. Ich habe noch einen Ast im Ärmel. Äh, schuldig mit dem Kopf. Los, häng mich ab. Ast im Ärmel hatte ich schon mit. Ich habe aber besser... Ich habe ein Messer im Ärmel. Ich gehe jetzt einfach raus. Ganz sicher. Ich mach noch mit Controller, dass du so eine Zeit für gehen kannst. Oh, 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 oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. keptあの. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, das wird so knapp. Ja. Was denkt er sich jetzt bitte? Wie du dich dann nochmal hängen lässt, wie du dich dann nochmal liegen lässt? Ich musste. Ja, ich musste doch auch. Zum Set ist nicht gezählt. Ich hab die Bauer weggemacht, sehr gut. Dann Einschätzung, also von Elodie das mit den Tunen und dieses Self-Aware oder wie das hieß, warte ich. Ja, ja, weil wir müssten jetzt, dann kommen wir doch auf alle Perks, oder? Also wenn wir jetzt uns die letzten aufteilen, war es das. Das sind alle. Oh, nochmal bad. Bad M5. Hoffentlich jetzt hier nicht irgendwie was Schnelles. Was machst du da? Nur Aufmerksamkeit. So viel dazu. Schneller geht's. Du hältst uns jetzt versagen. Kein Ruin. Hat mich gesehen. Bist du noch da oben, Divi? Ja. Okay. Wo bist du denn? Ähm, wir sind in dieser Hütte. In der Survivor-Hütte. Ich bin Form-Survivor. Ähm, meine andere Idee, Remo. Ich hab ja noch wirklich, ich hab ja noch eine andere Challenge. Für nächstes Mal hab ich eine coole Challenge. Eine andere halt. Ähm. Starstruck. Oh, Mann. Ähm. Ich wollte Klassen eigentlich damals machen, dass du wirklich so dir eine Klasse ausdenkst mit vier Perks. Die bekommt einen Namen und das machst du dann. Ähm. Sind die alle Starstruck? Ja, ja. Dann geh ich abhängen. Okay, gut. Ja, ich hab ja, wir schaffen das. Die ist immer noch am Keller. Portet jetzt weg. Ah, ich glaub, die Tunnels. Ja, ich glaub, die wird hier... Zeig mich hier nochmal. Ich kann mir auch vorstellen, dass du sowas wie Devourer hat oder so. Starstruck ist gut, ja. Ja, so eine Challenge soll nicht 20 Stunden oder sowas gehen. Also wenn du jedem Perken Wert gibst oder so, das versteh ich schon. Ich möchte zum Beispiel das, was wir jetzt gemacht haben. Nehmen wir mal an, wir machen das in vier Matches jetzt. Also, dass wir fertig sind. Dann hatten wir, um alle Perks rauszubringen, haben wir 15 Spiele gebraucht. Und die, dass man versucht, das irgendwann zu reduzieren. Dass man nur 10 braucht oder so. Also, ich hab schon fast auf den Bauch gebunden hier bei ihr. Dass du das halt optimierst. Das ist wieder Starstruck. Oh, ich auch, ja. Du auch Knechtig? Mhm. Aber ich mach trotzdem fertig. Äh, Suki will jetzt irgendwie noch Leute fragen, wegen, gleich. I don't know. Er muss ja auch wissen, wer. Das muss ja auch passen. Sie sagt jetzt, sie will Knechtig und Julie fragen. Nee. Also Knechtig. Nee. Julie ist noch okay, ja. Hey, Julie spielt immer so schwitzig. Die ist immer noch in der Schule. Mhm. Aber Starstruck ist jetzt abgelaufen. Oh, die hatten mich einfach mal aus dem Schrank gezogen. Einfach mal, nachdem ich da 20 Minuten im Schrank bin, kamen die da hin, moonwalkt da ran, rückwärts, und denkt sich, da guck ich rein. So ein Zufall. Ja. Ja. Voll weg. Geh mal. Obwohl, wir können weiterhallen. Bleib mal hier. Vor allem der Jen unten im Keller ist schon seit 15 Minuten fertig. Man kann ja trotzdem noch mal hinnehmen. Da kann ja noch einer im Keller sein. Kann ja. Wer das Schicksal manchmal spielt, ey. Ja. Mensch. Die wird eine Wauer haben. Kann das sein? Ich weiß nicht. Also, als ich das erste Mal am Haken war, war sie echt lange bei mir am Haken und hatte keinen Bock, wegzugehen. Ja, das kriegen wir noch hin. Die ist halt auch so. Und wir haben sehr, sehr viel in der Mitte weggemacht. Also, wir können uns eigentlich gut auf außen verteilen. Ja, ja. Wir haben eine gute Chance. Aber die Map ist halt nicht gut. Viel auf außen verteilen ist nicht drin, weil es gibt kein Außen auf der Map. Oh, moin. Okay. Kein Diebauer. Immer abhängen. Bleib an der Kackrutsche hängen. Boah, und dann auch noch Lags. Auf jeden Fall ein PC-Spieler. Ich glaube ich nicht. Achtung. Anhuck. Ich muss, ich versuche, Richtung Survivor auszukommen. Damit ihr erstmal ein bisschen Zeit habt, da Knechti zu retten. Ich weiß nicht, wohin. Ich weiß nicht, wohin. Ja, sie ist bei mir. Schaffen das, Knechti. Wir schaffen das. Oh, die rennt zum Survivorhaus. Renn da rein. Renn einfach durch. Ich bleib drin. Ich mach Stress. Also, ich mach so Vault-Sound. Ist bei mir. Ja, ja, perfekt. Nee, sie denkt sich, oh, da verarscht mich nur einer. Da wollte einer dreimal durchs Fenster. Nein, nein, nein. Der muss weitergelaufen sein. Ach, Mann. Das ist ja Quatsch. Lauf. Lauf weiter das Survivorhaus wieder. Boah, die Guards sind da. Sie geht. Oh. Niemand am Jeng gerade richtig. Nee, nee. Ich suche. Welchen bist du gerade? Lass zusammen einen. Ja, ich suche auch. Ich kann irgendwo helfen. Vielleicht. Ich glaube, ich komme weg. Ich finde keinen. Das ist doch nicht. Wo ist denn der Survivor-Killer? Sie ist doch zufälligerweise. Das ist doch nicht. Ja, aber wo ist denn der scheiß Survivor-Killer auf der Map? In der einen ist er nicht. An der Schule quasi. Da ist auch ein Jen. Ja, da bin ich jetzt. Ich habe so ein Gefühl, welchen Stream sie offen hat. Ich weiß nicht. Ich habe auch so ein Gefühl. Jetzt kommt der Nächste. Deswegen hat er auch am Anfang so lange nichts gemacht. Suki hat jetzt Julie gefragt. Julie, wer dabei? Da fehlt ja immer noch einer. Das Spiel wird halt, wie gesagt, ich sage dir, es wird eine halbe Stunde lustig. Es wird wieder ein Trash-Ding. Was wollt ihr denn spielen? Mass of Deception. Das ist wieder so ein Phasmo-Kopier-Ding aus dem Informatik-Unterricht. Das ist von den Machern von Welcome to the Game. Welcome to the Jungle. Dann sag mal 16,30, oder? Äh, ja. Ich sage hier Bescheid. Versuche ich noch das Chatting machen. Wie weit? Das ist jetzt 60%. Ist Starstruck wohl wieder ready? Ja. Ne, ne, ne. Ist nicht ready. Ne, ist ready. Doch, ich bin Starstruck. Die kommt direkt. Sie portet direkt. Abgefahren. Willst du dich hochheilen? Ja, mach wohl. Ein Mann-Gender aber, ne? Oder, Knechte? Ne, können zwei Leute ran. Aber sie hat ihn gekochen. Den protectet sie. Hier ist Survivor-Keller. Da geht's zu dir. Ja, Kinship ist auch ready gewesen. Okay. Ich bin in ihr drin. Sie hat keine Ahnung, was sie da tut. Keine Ahnung, wo sie ist. Sie ist bei mir. Ach, okay. Mein Gen ist bei 70%, aber dann wird sie jetzt gleich mit Pop hierhin kommen. Außer du schaffst dann den Gen von Knechti. Ne, sie ist wieder bei mir. Ah, du hast ja auch nichts, ne? Wie meinst du das? Du kannst ja auch, also du wirst ja auch nicht wegkommen, oder? Ne, glaub nicht. Oh, die Luke wenigstens. Äh, Luke wird noch. Noch gar nicht da, ne? Und der Tart hat einfach Value gehabt. Ja, aber sowas. Ja, oder ihr gebt mir alle einen Perk ab. Dann können wir alle mit reinspielen. Der Tart hat, ach, den hatte ich sogar. Den haben wir auch schon blockiert. Also den Dude. Den habe ich schon auf meiner Steam-Blog-Liste. Ah. Ja, hoch. Ah. 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 Ich gebe einfach so ein Smash-Hit ab. Ich bin rausgekommen. Perfekt mit Dead-Hard. Also ohne Dead-Hard hätte es nicht geklappt. Gebt mir mal alle einen Perk wieder ab. Smash-Hit. Das kannst du auf jeden Fall gut nutzen. Smash-Hit ist nice. Ich bin schon mal ready. Ich bin gleich wieder da. Divi Knecht, ihr bekommt ja was von euch. Äh, was möchtest du haben? Möchtest du lieber Distortion oder Windows haben? Nee, mir ist mir egal. Ist mir absolut egal. Mir irgendeins. Was du nicht magst. Schau mal auf dein Handy, Divi. Ich habe gerade etwas kompliziert, weil ich gleichzeitig noch mit zig anderen schreiben muss, wegen gleich. Äh. Oh, es ist ein Legion. Das ist bei mir. Er hat keine Liesel-Persuer, nur falls euch das interessiert. Okay. Woher weißt du das? Distortion. Ist weg von mir. Da rennt hinter mir, glaube ich, her. Äh, ich glaube, er hat... Ich dürfte mich nicht kriegen. Nee, er dreht um zu dir, Knecht. Ihr dreht um. Ja, er hat das mit dem Self-Menten, dass du dann broken bist. Oh, er suche mich noch. Nao. Hallo. Hallo. Nao. Nein, der ist ein bisschen eine halbe Stunde zu früh. Hast du dich wohl nicht umgestellt? Äh, nee. Ich laufe mal mit ihm über die komplette Map. Voll richtig eingestellt. Ey, 16.30 einem. Sie sind noch in der Runde. Okay. Ich muss kurz noch allen zurückschreiben. Ich stehe immer noch im Schrank. Er hat Surge. Ist so weit rausgelaufen. Er hat auch leuchtende blaue Augen. Er hat definitiv nöt. Für Charlotte. Natürlich auch ne super Map für Balanced Landing. Surge. Achtung. Äh, nee. Squad Shooks. Irgendwas explodiert? Bei mir nicht. Guckt hinten in der Ecke. Er ist bei meinem Gen, der ist bei über neun. Ach so, der Divi geholt. Divi macht das doch dann zwischen den Runden. Ich versuch's die ganze Zeit. Es ist ein bisschen kompliziert. Copy, paste. Ich kann's nicht copy, pasten. Ich dachte eigentlich, wir sagen's ab. Geht's mit Suki? Aber doch noch alle Fragen. Weil dadurch brauchen wir noch mehr Runden immer. Ja, aber ich dachte auch, wir sagen das jetzt einfach ab. Hätte ich auch gedacht, aber... Ja. Ja. Ich hab mich nicht bekommen, also... Dann erst mal Gen Rush. Ja, hau's doch erst mal fertig. Naja, unsere eigentliche Idee war, dass wir das absagen, weil zwei abgesprungen sind. Und hat Suki einfach gesagt, ich frag einfach Ersatz, aber da hatten wir schon was anderes geplant. Suki hat einfach zwei andere Leute gefragt. Das Spiel klingt super trashig. Also, ich würde gerne erst mal das hier zu Ende bringen. Ach, da hinten seid ihr. Ja, an der Killerhütte sind wir jetzt. Nee, ich hatte gestern bei... Wie auch immer das andere Horrorspiel hieß. Ich fand's in der Gruppe lustig, aber das Spiel hat mir so wenig Spaß gemacht. Oh, er ist wieder bei mir. Nee, Divi muss jetzt die anderen fragen, die eigentlich dabei sind, ob sie doch wieder können. Aber warum muss ich das überhaupt erklären? Ja, Ghost Exorcism eng. Ich hätte mir kein schlechtere Spiel vorstellen können. Ich hab noch mal einen gescheckt. Hallo, können Sie mich heilen? Klar. Irgendwo noch ein Gen, der vielleicht lief, den ich übernehmen kann? Äh, da, wo die grad lupen, aber... Nee, hier auch. Was für ein Gen suchst du? Irgendeiner, der gerade läuft. Ja, ich hab einen ganz weit. Ähm, beim Bagger. Oh, das tut mir leid, Divi. Oh. Er ist jetzt nicht mehr so weit, Divi. Let's go. Oh, der war fast an. Ich mach gleich weiter. Ich hab jetzt auch angefangen, aber bin erst bei 40. Achso, er hat übrigens kein Barbecue. Er hat kein Barbecue, er hat kein Bitter Murmur, er hat kein Lethal Pursuer, er hat kein Info-Perk, glaub ich. Er ist auch nicht sonderlich gut. Also, der wird halt noch nöt haben oder so, ne? Naja, sag ich ja, leuchtet ein blauer Auge. Er geht zu dem von Divi. Er war auch nur auf Gefühl, weil er hat kein Info-Perk. Er geht zur heilenden Person. Ach, meh. Sicher, dass er keinen Info-Perk hat? Ja. Vielleicht Nurses. Nurses calling. Lauf durch. Ich war echt weit weg, ne? Hier, dreht ab. Er ist zurück, oder? Er ist bei euch wieder. Einfach tue ich mich durch, der Bangle. Ich habe ihn jetzt dann aus der Fähigkeit genommen. Smash Red Value. Mein Gen ist eingegangen, oder? Nein. Nein, nein. Mein oder was? Schnell, wo bist du? Äh, Main Building. Ich auch. Wenn jetzt Richtung Killer würde mit ihm. Ja, mach das. Ich bin Main Building rein, um ihn zu heilen. Ich bin vor dem Main Building. Ich habe deinen Gen aber eben angeditscht, die wir also... Ja. Und dann down, hier ist nichts mehr. Den Gen mal angucken. Okay, ich bin doch nicht down. Ich habe... Irgendwie noch... Ich muss eigentlich hier mit ihm spielen, um Main Building, um irgendwie Balanced Landing Value zu bekommen. Macht er die Palette weg? Oh, nochmal das gleiche Setup hier. Er wird halt nöt haben. Er wird noch ein bitteres Ende. Er geht weg. Er geht zu Dibi. Da sind wir alle drei. Ich sehe ihn. Ich mache den Ausgang an... Er ist nicht in der Stelle. Er kommt her. Er kann es nicht einschätzen. Er sieht sehr schnell aus. Ja. Welchen Ausgang machst du? An diesen kaputten Eckler. Oder was das für ein Kack hier ist. Ja. Wir hatten keine Totems gemacht, oder? Äh. An dem Berg neben der Scheck war auf jeden Fall kein Totem. Heil dich, Renz. Vielleicht. Ja, du musst, weil er kommt. Hattest du wenigstens? Können wir deine Perks rausbringen, Renz? Ja. Ich habe... Wir werden... Ne, hier. Wir schaffen das. Damit habe ich Knechte einmal gut hochgeheilt, als er kam. Da haben wir doch ein bisschen was deine doch auch. Von daher. Barbecue ansagen? Ach, jetzt. Meinst du, ich habe smashed. Ach so, stimmt. Hast du auch, ja. Wirklich raus? Ist bei dir, Lenz? Ja, geht mal raus. Hm, nicht. Also, ich hätte... We're gonna live forever value. Ich hatte auch, aber... Also, ist egal. Dann müssen wir ein letztes Match machen. Ah, eins schaffe ich noch, sonst kriege ich Ärger hier. Ja. Hm. Essen stehen auf den Tisch. Das heißt, Divi nimmt alle letzten Perks mit. Und wir müssen nur schauen, dass Divi überlebt. Dann spiele ich aber die nackte Mia auch. Ich habe keinen Bock mehr, mit Leuten zu schreiben gerade. Ich sitze hier seit zwei Stunden die ganze Zeit am Handy und schreibe mit zig Leuten. Ah. Warum hat Suki denn nicht vorher einfach gefragt? Ja, ich hatte schon, ich hatte schon gesagt, ja. Also, ich hatte ja abgesagt, dass wir, dass wir absagen. Und dass ich überhaupt um 18 Uhr trotzdem da bin. Und dass ich schon genug Leute gefragt habe und keiner Zeit hat. Was hattest du, äh, was hattet ihr mit Knechti? Balance and Ending. Ja. Kameraderie und we're gonna live forever. Ja. Und Grants? Äh, wie bitte? Was hattest du mit? Ach so, Entschuldigung. Ich hatte, ähm, wir schaffen das. Dann dieses Self irgendwas da. Ja. Und von, ähm, Elodie Einschätzung. Das mit dem. Ja. Okay. Wir müssen jetzt Stevie rausbringen. Schon wieder Larrys. Oh, Larrys, okay. Beide Runden heute. Ähm. Larrys ist zumindest immer nice mit den Ausgängen. Das stimmt. Freddy. Korrupted ist schon mal dabei. Der ist zu. Er ist bei mir. Er hat keinen Gen, der offen ist. In der Mitte, da ist offen. Er hat keine Fake-Paletten. Nee, ist aber schlimmer. Ich hab auch einen Gen gefunden. Noch nicht. RIP. Kein Pain. Und das schaffen wir. Zehren wir durch. Selbst wenn er ported. Okay, zu den Zweien. Lass nur vorher los oder so. Ja, okay. Heißt. Du musst jetzt am besten weg von Grants. Dann geh ich Grants abhängen. Die farben mich ab. Nein. Wo ist Freddy? Er ist einfach links rumgegangen, Divi. Oh, dein Hals. Das sieht aber nicht so gut aus. Auf, ja. Gut. Nee, das müsst ihr dann gleich auch angehen, weil er hat keinen Scourge. Ah, nein. Jetzt ist er auf einmal bei mir. Ist doch gut. Willst du, dass Divi stirbt? Nee, aber... Willst du, dass ich sterbe? Ihr hättet einfach mal Bescheid sagen können, dass er nicht mehr bei euch ist. Dass keiner ihn mehr hat. Hallo. Soll wir dich heilen? Wer ist da hinten, Oco? Ich höre ihn relativ laut, aber ich sehe ihn nicht. Er sucht Divi, Leute. Ja, er kommt zu mir. Er weiß Bescheid. Oder? Ja, hab ihn. Wo ist der Gen von dir, Knechti? Da, wo Divi gerade herkommt. Divi hat ein Medikit, das ist... Ich gehe mal auf die andere Seite der Map, weil... Ich würde jetzt losschreien. Oh, okay. Er geht auf Divi-Faker. Ja. Okay, sindst du wieder in dem Gen von Knechti? Also nicht, dass wir den verlieren. Jetzt gerade nicht, ich werde gejagt, jetzt. Nee, er geht mir hinterher. Gehe ich zu dem Gen? Nee, er kommt wieder zurück. Er kommt zurück zum Gen. Hat er denn mit dem Gen? Okay, er ist bei mir? Achso. Ah, deswegen. Jetzt anscheinend bei euch allen, Freddy, wieder. Ihr seid jetzt wieder im Knechtis-Gen, oder? Ich bin an einem ganz anderen auch. Ich auch. An einem Ausgang, wo ich hing, bin ich. Surge haben wir als ein Perk. Ich hoffe, er portet sich zu mir, aber... Ja, er portet sich zu mir. Geil. Willst du helfen, Divi? Ich gehe, Knechti. Er hat meinen Gen getreten, er hat Surge und Pop. Surge und Pop. Also das heißt, dein Gen wird fertig, oder, Grants? Ja, 80 bin ich ungefähr. Wenn er jetzt hinter dir her ist, schaffe ich es. Ich glaube, er portet sich weg. Nee, er ist noch hier, er ist noch hier, er ist noch hier. 90. Er ist immer noch hinter mir. Alles gut, Schi? Ich gehe jetzt einfach dann durch, so oder so. Irgendwie anderen beiden Knechtis-Gen? Ja. Komm ich da hin? Ja, aber den machen wir vorher, glaube ich, voll. Ja, aber dann könnt ihr mich heilen. Er hat mich verloren. Was hast du denn für Fähigkeiten eigentlich, Divi? Du musst auch noch hier deliveren. Winners of Opportunity und Spine-Shield, also safe. Ja, ja, cool. Also das ist einfach, einfach rauskommen. War schon genug Value drin. Ich will mich auch nicht heilen, ey. Er kommt. Ja. Oder? Ja. Er geht mir hinterher. Alles easy. Okay, ja. Wieder an meinem Gen 40%. Ja, müssen wir nochmal an unserer Bestzeit feilen hier. Ja, erstmal den jetzt, wenn wir den jetzt rausbringen, kriegen wir es wenigstens clean, weil dann wäre es vorbei, so. Weißt du, dann hätten wir auch alles wieder. Das ist gut, ja. 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 Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut, ja. Okay, wir sind bei 80. Ja, Moment. Der wird zu uns kommen, bestimmt. Ziehen wir durch, Divi? Ja. Ja, 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 jetzt müssen wir durch. Ich gehe jetzt schon an den Ausgang. Okay. Der der näher bei dir dann ist? Ja, genau. Ich ziehe jetzt schon, er hat keinen No Way Out. Okay. Gerade Knecht. Ey, ich wäre so Knecht noch zu klein. Ich kann es ja riskieren. Ich würde Knecht noch mal abhängen. Komm jetzt her, es ist vorbei. Ich komme jetzt zum Keller. Diebe? Ja. Geh raus. Ich bin fast da. Ich sehe dich. Ich gehe jetzt durchs Fenster. Divi, renn schon mal raus, wir kümmern uns doch um Knecht. Ja. Tschüss. Dann ist es fertig. Bis zum nächsten Mal. Wey, wir haben es geschafft. Was denn? Er war schon fünfmal durch. Wir haben es geschafft. Er denkt, er hat Divi, Leute, ihr könnt gehen. Nein. Unser Plan hat funktioniert. Oh, Mann. Leute, rettet mich nicht, ich habe Hunger. Echt. Ich weiß nicht, wo der andere rausgegangen ist. Ich habe nicht. Grand. Nein. Jawoll. Renn. Er will mich nicht. Aber ich habe nicht geschehen. Ich habe nicht geschehen. Achso, der Ausgabe ist ja gar nicht aus. Bist du hin, Knechti? Können wir nochmal heilen oder was? Ich bin neben dem Ausgabe die die ausgabe. Er hat Monstrous Shrine mit. Ich sterbe superschnell hier unten im Basement. Oh nein. Ich hab's gesehen. War ein richtiger Sprung. 40% schneller sterben. Ja, weil ich hab Angst, dass du gehst. Nein. Die haben wir nicht geschafft. Ja. Ich dachte echt, wir brauchen keine 4 Stunden, wenn ich ehrlich bin. Ich glaub, es wär deutlich schneller gegangen. Jetzt grad so die letzten Matches waren so ein bisschen unlucky. Würde ich sagen, wir hatten einmal so ein... Einmal hat sich's halt irgendwie gezogen, ne? Der Anfang war schnell. Sehr viele schwache Perks genommen. Aber da waren wir gut unterwegs. Der Anfang war super. Ich find richtig gezogen, hat das sich da, wo Kranz diese lustigen Perks mit hatte und ich diese Gen Perks irgendwie wo ich mehrmals nicht mehr rausbekommen. Alle 107 Perks sind weg. In 14 Matches. 7 wäre perfekt. Man könnte theoretisch also sagen, jede Runde sind Zweinkommen im Durchschnitt. Ja. Das war gar nicht schlecht. I'm so happy. Man muss ja auch sagen, ist ja nicht mehr, dass es wir... Und was hatte Freddy als Viertes? Hat das noch wer gesehen? Barbecue. Barbecue. Er sagt, I'm so happy I didn't give you a single blood point, dog shit. Ob er sieht, dass ihr keine Perks dabei hattet? Ja, das sieht er, aber er sieht auch die drei nagelneuen Teile. Ja. Ob er wirklich davon aussehen, dass wir Blutpunkte haben wollten? Wir sind ohne Perks reingegangen. Dann soll er sich mal nicht über das Brand New Part aufregen. Also, da hätte ein Proof wahrscheinlich schon mehr gebracht. Sehr schön. Das hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr bei uns mal reingegangen habt. Mega lustig, ja. Kínai Oklaski Kínai Oklaski